Die erste Runde geht los! Wir sehen hier einige Laufspiele und den ersten Tanklaus! Die erste Runde geht los! 5 zu 4! Für die nächste Runde ist Kris Blüke! Für Lions of Steel gegen Ramros! Lions of Steel gegen Ramros! Die erste Runde geht los! Die erste Runde geht los! Die erste Runde geht los! 5 zu 3! Ich hätte ja gleich 5 zu 2! Oh! Wir haben einen Achsenhof! Der Köpfer kann sich eine neue Waffe holen! Drei ausfallen! Aber es wird abgehört! PSK gegen Astia! Auf geht's! Für die nächste Runde geht los! Für die nächste Runde geht los! Lions of Steel gegen Ramros! Lions of Steel gegen Ramros! Wir sind hier in der zweiten Runde der PSK gegen Ramros! Wir sind hier in der zweiten Runde der PSK gegen Ramros! Und damit steht es! 3 zu 2 für PSK in der zweiten Runde! Der Kämpfer mit der Hellebade zertrümmert hier den Schild! Es trifft gleichzeitig zwei Mann! Next fight! Please prepare! Lions of Steel gegen Ramros! Lions of Steel gegen Ramros! Next fight! Pull out your hands, guys! Fresne gegen Ramros! vào